einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Willkommen zu Let's Play Captain Toad Tracker zurück um auf den Horror Express geht's sofort um muss sagen ich bin leicht nervös um wenn ich nicht wissen dann wird es jetzt erfahren denn ich habe eine richtig richtig fiese Idee nach 30 Minuten Spielzeit mehr zu verklappt aber er ist jetzt runtergefallen also wenn ich das ganze nochmal neu starten oder was das wird eine Herausforderung und Prozent mit dem Chuck kommen wir auch alle von den Spaß nicht killen vielleicht Oh Gott das wird ein Akt das wird ein richtiger Akt ich merke es schon komm mir vorbei oh lol das kann nicht sein alles regt mich jetzt schon mega auf natürlich dafür der Vogel gilt mich dann gut dass dieser Vogel den jetzt gekillt hat ansonsten hätte ich das nicht überlebt jetzt mal ohne Spaß der Chuck ist drüben der Chuck ist drüben oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott komm her komm her ich sagte komm her jetzt man was mach ich nicht den Chuck killen nicht den Chuck einfach hierher kommen mein lieber Chuckie mein lieber Chuckie Boy hier bin ich hier sonst irgendwo yes wir haben ihn das ist aber gut zweite Horroraufgabe folgt sofort folgt zugleich alle Schlammschlürfer besiegen wie zum Fick ich ich dachte ich könnte ich hätte das easy machen können mit meiner mit meiner einmaligen Chance die ich aber leider versammelt äh versemmelt habe und immer wieder dieser dumme Chuck ich muss jetzt tatsächlich alle auf alle einzeln drauf springen das ist so doof komm her komm her ey so ne Scheiße das ist so itzen die Aufgabe alter Junge ich muss jetzt auf alle drauf springen oder was ey das ist doch richtig beschissen ich kann nur auf ein maximal ey wo geht's denn da rein man ich hatte keine Kamera das ist doch scheiße die Aufgabe das perfekt so ich gehe jetzt mal ganz vorsichtig hier hin okay mal die alle oah Junge das verrichtigte ist so dann bitte die einfach noch mal killen bei der Schalke Boy da ich sagen müssen bin ich Leute der lange ohne Thema die bitte oh je den Chuck den Chuck zu Hilfe nutzen war gar keine schlechte Idee aber das ist schwierig das ist ekelhaft schwierig Alter die ist so ätzend alle Schlammschlöpfe besiegen sag mal habt ihr den Arsch auf Nintendo es hätte so ne coolere Aufgabe sein können aber ihr musstet natürlich also sowas gehört natürlich zum Spiel dazu versteht mich ja wirklich nicht falsch scheiße jetzt ist er denn nicht mal runtergekommen hier oder was jetzt geht er da runter scheiße jetzt bin ich hier richtig schon am Arsch wo ich das überleben wenn Wunder wie ich das überleben würde oh ne das kann man nicht überlegen weil der Chuck da runtergegangen ist das darf er nicht mann scheiße das könnte eine lange das könnte eine lange und eine ätzende Episode werden und eine langweilige vor allem nicht nur für mich wahrscheinlich auch für euch aber ich denke mal wenn ich mich aufrege dann ist das ja auch irgendwo unterhaltsam so den direkt mal gekillt würde ich mal so behaupten alter der Chuck ist ganz schön gemeingefährlich was soll ich denn jetzt machen der rennt also wieder dran vorbei der hat mich grad den Arsch gerettet der rettet mir grad sowieso hier den Arsch sag mal bis zu kompletten Geistes so yes hat alles geklappt wie es hätte sein sollen so ich hoffe ich übersehe übrigens keinen Schlammschlürfer ne das wäre ja am ärgerlichsten komm du scheiß Vogel komm her du scheiß Vogel oh yes also es läuft alles nach Plan es läuft wirklich alles nach Plan gerade und wie man die alle getötet die kann man ja nur mit dem Chuck töten die auch ich glaube man muss das tatsächlich mit dem Chuck machen weil hier gibt es ja keine Vögel es ist so krank und dann komm das ist aber richtig ätzend das ist so hart ätzend kommt her nein das habe ich mir da so ein Leben abziehen lassen so komm her mein Schnucki Putz mein Schnucki Putz ja Perfekte Mat Diko FICKEN DÖL das ist totale Scheiße bringt doch nix mehr NEU auf alles ich muss mich auf alles auf alles falls ihr grad fragt was das war das war das hat mein Stuhl den ich grad so gekickt hab so ne Schei das ist doch richtig jetzt ne wieso bist du denn jetzt nicht weitergegangen tsch 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 oh 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 nein super gemacht so ne Chance fand ich einfach verballert doch das nichts gewesen wäre man aber ich hab ne Taktik wie ich das jetzt machen ich hab ne Taktik so dann kommen wir hier hin bitte Chuck WTF alles klar dann kommen wir bitte hier hin okay wieso ist der denn jetzt stehen geblieben da oben kannst du mir das erklären Nintendo wahrscheinlich weil er gegen mich gerannt ist und deswegen okay okay der kommt halt nicht runter du spaß ich zerschöre jetzt mein Geld ich zerreiß den Scheiß einfach ich zerreiß den Scheiß einfach den Scheiß einfach den Scheiß einfach Wachmann 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 30 Minuten es ist möglich er hat sehr gesehen aber sehr scheiße und ich mache es jetzt auch einfach so gut kann nicht mal das ganze Spiel hier und zwar ohne Witzel und Kildin der Super gemacht okay doch mal irgendjemandem hier Thema Dienst oder mich gehört einfach nicht oder Kinder von mir das ganz kurz auf Platz Pante Scheiße Kampagne Scheißdreck ja es ist doch kranke Scheiß diesen ganzen Scheiß hier nochmal zu machen lol oh nein okay Scheiße das ist richtig ärgerlich ich dachte ich kriege es nochmal hin das ist unmöglich aber ich bin ganz gewaltig vertan ah vertan ist das hier komm jetzt kill den doch mal oder der Vogel übernimmt das das ist auch nicht schlecht komm jetzt her komm zu Papa ich bin wieder ein vergessen stimmt ja ich muss noch zurück nicht schlecht ich muss zurück und zwar muss ich den jetzt kennen wieso ist das überhaupt schon am Leben aber der Vogelkill den oh Junge lackerlackerlacker oh was was wie sind denn schack da gerade stehen geblieben Moment mal gerade was geht denn jetzt hier ab Kamera kurz verändern Junge was geht jetzt hier ab was geht hier ab frage ich mich gerade aber es ist gut es ist richtig schön gut ho ho bitte bitte erlöst mich erlöst mich lieber Gott erlöst mich von dieser Scheiße hier los bitte bitte lieber Gott ja hab ich irgendetwas vergessen ich hoffe nicht auf adieu adieu schön mit Öl achso wie soll ich denn das überhaupt machen stimmt mhm das ist ne gute Frage wie ich das machen soll ihr kommt jetzt erstmal hier weg schon hier einfach mal verstecken auf den Spaß ok jetzt muss ich aber wirklich mal so machen sonst du killst mich nicht nein als ist er da ist er jetzt zur Erzeit weggegangen ok jetzt kommt er wieder na komm kill die beide und den könnt ihr schon mal killen so sehr sehr nice dann sind auch nochmal komm noch mal noch mal noch mal ja yes yes man als ich bin dort hoch konzentriert oh 4.000 leistung mhm das war gut erst mal abgehören holy shit oh my crazy shit das ist und ich hätte es wollen sich sagen komm her du scheißvieh vogelmann fickvieh ok jetzt hat jetzt kommt runter man ok gut dann halt nicht komm her ja ja kräftig dann raste ich aus hier sind nochmal richtig schön viele ok die ersten zwei noch einen das sind nur noch zwei scheiß Typen hier nur noch einer ok einmal habe ich mich getreffen lassen das war es oder mehr gibt es nicht mehr sollte es nicht geben jetzt halt auch durch die Fresse Kinder da so kiddies da draußen weil ich jetzt irgendeinem übersehen habe dann bringe ich mich um dann beend ich das Projekt dann beend ich das Projekt oh man geil man oh ich bin fertig ich bin so fertig oh schau Leute ich gönne es erstmal kühle Fassbrause noch Product Placement und ähm